Neuer Monat und das heißt in PharmaRama auch neue Events, neue Sachen, die ins Spiel kommen, was denn so in etwa alles los sein wird in diesem Monat August, das zeige ich euch in diesem großen Vorschau-Video. Dazu freut mich, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei bist. Auf das Katzen-Event gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, daher dazu mittlerweile auch schon die FAQ raus ist, wo ihr alle Infos dann auch hier dazu erfährt. Diese findet ihr auf PharmaRamaCheats.de hier, da gibt es also alle Infos zum Katzen-Event, von daher beginnen wir mit den Sachen, mit den Events, wo noch nicht alles offiziell genau bestätigt und angekündigt wurde. Ja und da hätten wir dann von 11. bis zum 17. August wieder mal ein Recyclomat-Event. Mit wieder mal meine ich eigentlich endlich wieder mal, denn der war zuletzt vor Jahren, das ist kein Scherz, wenn ich das sage, das ist leider die Wahrheit. Der war eine Ewigkeit nicht mehr, das bedeutet, wer sich nicht mehr erinnern kann, das ist das Ding hier. Wird wahrscheinlich, wenn sie nicht irgendwie herumgebastelt haben, was eigentlich schade wäre, weil das wäre ein tolles Mini-Event. Weiterhin so aussehen, heißt Noobloonien, Noobloonien, ach wie heißen die Dinger, egal, Tropen jedenfalls und ja, da kann man dann auswählen, was man denn hier möchte, 10, 25 oder 35. Je nachdem, ja kann man natürlich auch bei den 10 was Gutes rausbekommen oder 35 vielleicht noch was Besseres mit ein bisschen Glück, also je nachdem, ist es abhängig hier vielleicht, kriegt man wieder was Neues hier raus. Mit Sicherheit wird etwas Neues interessantes dabei sein und vielleicht ist es aber auch ein Haustier. Vielleicht ist es übrigens auch, den gab es ja bisher immer als Spezialgewinn, könnte auch wieder mit dabei sein, aber ich denke schon, wenn der jetzt seit Jahren nicht mehr war, dürfte auch mal was Teues mit dabei sein. Ne, rennt es aus dem Jahrmarkt? Ne, ne. Ja, aber vielleicht ist eben dieses Haustier neu mit dabei, sieht ein bisschen lustig aus hier, was es auch immer sein soll, aber das hat anscheinend Alien und naja, egal, was bringt es, was bringt das Ding, es soll mit Superfutter zusammenhängen, 5% Superfutter verkürzen, inwiefern, ob mit der Mühle oder generell nochmal schneller. Man wird es sehen, fix ist das natürlich noch nicht, vielleicht gibt es das Haustier auch nur zu kaufen für Tulp Golden, wäre aber natürlich eine schicke Sache, wenn es das beim Recyclomat Event gäbe. Ja, dann sonst in Sachen Events hätten wir dann noch vom 19. bis zum 25. August das Zuchtquest Event. Hm, Zuchtquest Event, was heißt denn, kommt denn da ein neues Zuchttier? Dazu später noch ein bisschen mehr, aber bei dem Event wird es sich wahrscheinlich wieder so ein Event hatten, dass eben mehrere Tierarten rausgepickt werden und darüber, von denen gibt es eben die Baby-Varianten. Die Events kennen wir schon, da gab es schon einige und auch dieses Mal soll es anscheinend wieder mit den Hühnern sein, mit den Hasen diesmal und auch noch mit den Ziegen. Hm, 3 sogar dieses Mal an der Zahl hier. Heißt also, man züchtet die ganz normal und davon gibt es dann so 100% bei jedem Zucht eine Baby-Variante eben von dem Zucht, die auch mit dabei. Plus natürlich auch die normale, ja, Zucht hier, was man dann eben hier rauskriegt. Um das eben abzugeben, in einer Quest gibt es natürlich auch Items zu spielen, ob man noch etwas brauchen wird. Zuletzt gab es bei den Events ja auch immer Mühlenprodukte oder so, könnte natürlich auch wieder der Fall sein. Ich halte euch natürlich auch weiter mit den Gerüchteküchen immer auf dem Laufenden. Ja, und das war's auch von den Events her. Dann hätten wir noch die Setzlinge vom 28. bis zum 30. Juli. Okay, was es da jetzt allerdings genau dabei sein wird, ist eigentlich noch überhaupt nicht bekannt. Ja, es werden wahrscheinlich wieder Farm- und Bahamarama-Setzlinge stattfinden, wie für wie gewohnt. 5 Tulp-Gulden, wahrscheinlich wieder jeweils ein neuer Baum mit dabei für Farm- und Bahamarama- und ein paar Sonderbaumkrieg vielleicht wieder ein XXL-Upgrade. Welche genau, ja, weiß ich allerdings aktuell noch nicht. Und Baby-Boom-Da wird natürlich übrigens auch stattfinden in diesem Monat wieder während des Zucht-Best-Events, also wahrscheinlich vom 21. bis zum 23. August, der Baby-Boom-Day. Ja, dann, was hätten wir sonst noch? Vielleicht in diesem Monat auch wieder ein Farm-Express stattfinden hier. Heißt also, ja, man gibt Tierchen ab und kriegt etwas Glück. Vielleicht die Parfümerie, vielleicht ist ja was Neues mit dabei. Wäre eine coole Sache. Oder eben andere Tiere, hängt je nachdem davon ab eben hier. Aber dann hätten wir noch was Interessantes, das wahrscheinlich aber erst im September an der Stelle schon mal erwähnt, und zwar die Biber-Zucht soll kommen. Kein Spaß, der Biber wird das neue Zucht hier in Farm-A-Rama zu 100% bestätigt, kann ich das natürlich auch noch nicht sagen, aber es ist sehr wahrscheinlich also mit der Katzenzucht, worüber auch ich mich schon ziemlich gefreut hätte. Heißt anscheinend noch ein bisschen warten hier. Die nächste Zucht wird wohl der Biber sein. Also vielleicht schon ein bisschen Beißholz an die Seite legen oder auf dem Markt schön einkaufen. Ich habe meinen Markt ja auch ein bisschen in der gekauft heute. Weil der Wetterpreis natürlich dann auch noch steigen hier. Oder die Biber mal raus damit. Und dementsprechend wird der Biber-Stahl ja auch noch das alte Design sozusagen. Der Biber hat auch dieses schicke Neue davon bekommen hier. Ja, auch eine schicke Sache. Ja, und sonst noch Korallenriff. Damit dürfen wir höchstwahrscheinlich nicht rechnen im August. Da wird sich noch ein bisschen hinziehen. Das wäre eine ziemliche Überraschung, dass es im August am Decke kommt. Wohl eher nicht. Ja, ansonsten neben den weiteren Mini-Events-Spark-Zonen natürlich. Mgp-Lag wird wieder stattfinden. Wir setzen uns in Baby-Pum-Tag, wie gesagt. Super für der Spark-Zone. Super Dünger und Susi Super Dünger-Spark-Zone. Nächstes Wochenende wahrscheinlich Mühlen-Abo wird man auch wieder kaufen können. Und so weiter und so fort. Also das, was wir eben jeden Monat auch kennen. Und ich bin so glücklich, muss ich sagen. Bei der Folie hier, bei den weiteren Gerüchten, die ich jeden Monat hier vortrage, ist endlich mal was mehr oder weniger eingetroffen. Beziehungsweise im nächsten Monat und Zweiten, dass der Biber endlich das neue Design kriegt. Aber auf die Elefanten oder auch auf das andere Design von anderen Tieren, da merkt es jetzt, ob der überhaupt nicht mehr kommt. Und das bezweifle ich zwar ein bisschen und auch bei den Elefanten stellen, heißt anscheinend doch noch ein bisschen warten. Warum auch immer. Ja, damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Dieses Video ist auf was, wollt ihr euch denn so besonders in diesem Monat August, auf welches Event und so weiter und so fort. Ich persönlich muss wirklich sagen, ich freue mich wie bekloppt zum einen auf Katzen-Events. Natürlich, weil Katzen ist ja klar, aber auch auf das Recyclo-Mart-Event. Finde ich klasse, dass der wieder stattfindet. Hoffentlich ohne Eventpflanze, dann kann es was werden. Von daher wünsche ich euch einen schönen, erfolgreichen Monat mit oder ohne Famarama. Ciao. Bis zum nächsten Mal.